Wir spielen Surgeon Simulator, ich habe die Tastatur, er hat die Maus und er hat keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Alter, das fühlt sich so scheiße an. So, du kannst mit der Hand ganz ganz jetzt bewegen. Ja, das sehe ich, da ich die bewegen kann. Ja, aber jetzt ganz vorsichtig, ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Die Werkzeuge können runterfallen, dann finden wir sie nie wieder. Welche Werkzeuge? So, wenn du... Ah, nicht das Herz runterwerfen. Ganz vorsichtig, ganz ruhig. Okay, ich bin ruhig. Der Typ, den könnt wir die Uhr nicht umbringen. Fuck you! So, jetzt. Das sieht aus wie ein Mädchen. Ich will den Hammer haben. Natürlich, natürlich, ich nehme den Hammer, Alter. Warte, ich muss jetzt bestimmt... Meine Uhr! Wo ist der fucking Hammer? Nehme die Bohrmaschine, nehmme die Bohrmaschine. Kein fest, los, 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 jetzt bohrt auf. Okay. Ja! Ich fühle mich wie... Oh, scheiße! Was ist das? Ich komme nicht weg, Alter! Ich komme nicht weg, Alter! Ich komme nicht weg, Alter! Der Typ stirbt! Nein, ist doch alles normal, alles normal. Ist doch normal, guck mal da oben rechts, Alter! Ganz ruhig, ganz ruhig. Das ist doch völlig normal. Ich meine, hallo? Das ist doch... Ich kann... Ich stecke fest, ich kann nichts mehr machen! Los, reiß raus, reiß raus! Wer braucht noch einen Scheiß drauf? Was? Pass ans Herz an, reiß dich raus, ich zieh's da durch. Wir haben... Ey, Errungenschaft freigeschaltet. Fingerschwur. Oh, wir sind los! Rick, wieso bist du so schlecht? Ja, ja. Lass mal... Lass mal... Lass mal retryen. Lass mal retryen. Als wär's das erste Mal. Hast du... Du hast die dumme Uhr! Weg mit der Uhr! So! Ey! Die Uhr ist schon... Jetzt... Halt... Halt fest! Okay! So! Schmetter auf! Ja, ja, was richtig! Ich versuch' ich! Hau alle Rippen raus! Die stören alle nur! Ja! Oh, scheiße! Das war so richtig! Ja, die ihn in die Fresse schlagen! Okay, okay! Scheiß auf Rippen! Niemand braucht Rippen! Ich mag Rippchen! Ich schwaue... Ich schwaue... Rippen! Ja, ja! Kann es eigentlich sein, dass er die Rippen noch braucht? So, okay! Ach, der braucht einen Scheiß, Alter! Halt, weg! Weg damit, wir brauchen den nicht mehr! Okay, so! Was nehmen wir jetzt? Warte, lass uns das aufspießen, das Ding! Warte mal, hier eine Pinzette! Ja, dann... Ja, ja, ja! Okay, so, jetzt die Lunge! Ja, äh... Oh! Nein! Ja! Ja! Jetzt hoch! Okay, lass sie los! Wunderbar! So, das sehen wir fast schon das Herz! Okay, ähm... Wollen wir mit dem Schneider da mal probieren? Warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht... Nein! Grabes! Nein! Fuck! Was ist jetzt passiert? Was? Wieso ist alles in 3D? Ist es nicht 3D? Warte mal, ich glaube, ich bin in eine Spritze gekommen, oder was? Ja, ja, da liegt die Spritze am Schein! Ahaha! Okay, wir haben jetzt Sixties Psychedelic Modus. Wir müssen das da aufkriegen, und zwar auf Drogen. Reiß einfach raus! Okay, es ist zu fest! Doch, 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 da ist es! Ja, 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 ja! Okay, weg mit dem Lunge! Weg damit! Der Typ ist fast tot! Die Säge! Nein! Ich würde sagen, ne, ne... Die Säge... Die Säge, die Säge, die Säge, die Säge, die Säge stirbt sonst! Wie? Willst du denn mit einer Pinzette? Keine Ahnung! Einfach rumhacken! Näh... Was ist das für ein Kackspiel? Oh! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Nein, 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 nein! Mann, wir nehmen die Baumaschine! Guck mal, guck mal! Wie gut ich bin! Ja, guck doch mal, wie du die umbringst! umbringst. Wieso? Wo ist... Oben rechts siehst du das Leben übrigens. Ach sooo. Und dann gibt's dann diese Verlustrate, ne? Die wird immer höher. Und das darf nicht auf null sinken? Wieso? Ja, das war bei 5000. Und nachdem wir die Rippen zerstört haben, war es bereits bei 1500. Also wir haben, als wir die Rippen rausgehauen haben, haben wir sein halbes Blut raus mitgeprügelt. Keine Ahnung. Ich mag das Spiel jetzt schon. Surgery failed and it was going so well. Brutale Mords achieved in 4 Minuten und 40 Sekunden. Was ist das für eine scheiß Uhr? Ich liebe diese Uhr. Fangen, der verdient Blut durch die Rippen oder was? Das war ja scheiß. Normalstar. Normalstar Move. Knock, knock. Who's there? Das tut ihm gar nicht weh. Ah. Oh fuck. Ah. Ah. Ja, nicht ins Fleisch hauen. Welches? Ach so, das Fleisch? Ja, das ist ein Körper. Ach, scheiß auf Körper. So, jetzt haben wir bereits wieder 3000. Du hast meinen Hammer fein gelassen. Ja, Mann. Das ist mein Geist. Das war mein Hornbachhammer aus Panzerstahl. Hast du ihn? Ja. Verdammt, die Scheiße. Ja. So. Jetzt ist es ganz vorsichtig. Okay, okay. Ich bin ganz vorsichtig. Du bringst ihn rum, du bringst ihn rum. Warum? Ich muss das doch zerschneiden. Wie soll ich das um rankommen? Keine Ahnung, Mann. Schneid da einfach hinten ein bisschen rum. Schneid da einfach ein bisschen rum. Das Herz wird schon irgendwie rausgehen. Ich mach einfach und dann gucken wir, was passiert. Ja, nicht so. Ja, wo denn sonst so? Ach, da. Diese Dinger da. Ja, genau. Ah, nein, 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 nein. Du hast mir gesagt, ich soll das tun, du Dreckschwein. Ja, aber so eine scheiß Ader ist in einer Millisekunde durchgeschnitten. Da musst du nicht noch das Fleisch da drunter mit zerschneiden. Ey, ja, bitte? Ja, so macht man das auch. Ich hab heimlich geübt. Ey, der hat noch sowas von viel Blut. Ja, au, ja, oh, oh. Warte mal, ich muss die auch noch kürzen. Na ja, musst du alles gleich mit... Die Uhr, die Uhr, weg. Mann, die muss doch da rein. Na los. Okay. Grab it. Weg damit. Braucht keiner. Grab it. Okay. Mit Kraft. Lass es los. Lass es los. Neuer Anfang. Ja. Okay. Lass ihm mal eine Spritze geben. Nein, 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 nein. Lass ihm eine Spritze geben. Grab du. Nein, wir sind gerade so gut. Wir sind gerade so gut. Okay. Das ist eine Schere. Lass mich doch mal die Schere benutzen. Oh Gott, ich sehe nichts. Ja. Ja. Ey, das sieht gut aus. Aber was hast du gesagt? Nein. Ich glaube, das ist nicht gut. Mann, schneid mal an den Arterien rum. Nicht am Magen, Alter. Ich sehe doch nichts. Ja. 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 Weg damit. Schnell. Grab that thing. Wow, 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 wow. Ey, wir schaffen das diesmal. Los, los, ganz ruhig. Wir haben noch richtig... Ja. Los, weg damit. Ja, mal, 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 mal. Okay. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und du hast es. Oh Gott, 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 oh Gott. Jetzt renn, renn. Ja! Wahnsinn! Am gewonnen! Looks fine to me, I'm sure he'll live. Ohne Lungen Alter, wir haben sogar ein A, das ist 1 für Deutsch Warte mal Wie kriegt man da ein B? Scheiße Wie kriegt man da ein B? Okay Ich meine, der Typ hat keine Lungen mehr Wow, ist scheißegal, Mann, wir haben es geschafft Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr kleinen Spasten Ich bin wieder da und zwar mit Battlefield 3 Ach nee, ist ja Battlefield 4 Irgendwie sieht es nur genau gleich aus bisher Was, ich bin Chinese? Warum bin ich denn Chinese? Ich dachte, ich wäre so ein cooler Commonisten-Rosse Oh mein Gott, die super neue tolle Dämliche Hütte darf nicht überleben Was soll das? Was soll das? Bäm Ja, das gefällt mir schon besser